Ein zweites Kapitel Den Liftdienst versah ich den ganzen Winter hindurch, und trotz der Beliebtheit, deren ich mich bei meinem wechselnden Publikum erfreute, begann er mich bald schon zu langweilen. Ich hatte Grund zu fürchten, dass es damit immer so weitergehen, dass man mich sozusagen darin vergessen, mich alt und grau dabei werden lassen möchte. Was sich von Stanko gehört, bestärkte mich in dieser Besorgnis. Seinerseits trachtete er danach, in die Hauptküche mit den beiden großen Kochherden, den vier Bratöfen, dem Grillapparat und dem Flambeau versetzt zu werden und es dort mit der Zeit, wenn nicht gerade zum Küchenchef, so etwa doch zum Vizeküchenleiter zu bringen, der die Ordres aus dem Speisesaal von den Kellnern entgegennimmt und sie an die Schar der Köche weitergibt. Aber es sei geringe Aussicht auf solches Vorwärtskommen, hatte er gemeint. Die Neigung sei groß, einen Mann an der Stelle zu verbrauchen, wo er nun einmal ist. Und auch mir sagte er schwarzseerisch voraus, dass ich ewig, wenn auch nicht immer als Volontär, an den Lift gebunden bleibe und nie den Betrieb des Welthauses unter einem anderen Gesichtswinkel als diesem Speziellen und Beschränkten kennenlernen würde. Eben das ängstigte mich. Ich fühlte mich eingesperrt in meine Ascenseur-Nische und den Schacht, worin ich mein Fahrzeug auf- und absteuerte, ohne dass mir ein Blick oder mehr als ein kurzer Gelegenheitsblick gewährt gewesen wäre, auf die kostbaren Gesellschaftsbilder der Halle zur 5 Uhr Teezeit, wenn gedämpfte Musik sie durchschwebte, Rezitatoren und griechisch gewanderte Tänzerinnen der schönen Welt Unterhaltung boten, die an ihren gepflegten Tischchen in Korbsesseln lehnte, zum goldenen Tränke Petit Fours und erlesene kleine Sandwiches kostete, die Finger danach zum Entkrümeln mit einer Art von leichtem Getriller in der Luft bewegend und auf dem Läufer der Königlichen zu einer mit Blumen Bosketts geschmückten Empore führenden Freitreppe zwischen Palmenwedeln, die aus skulpturierten Vasenkästen stiegen, einander begrüßte, Bekanntschaft machte mit distinguiertem Minenspiel und Kopfbewegungen, die auf Geist schließen ließen, Scherzworte tauschte und leichtlebiges Lachen ertönen ließ. Wie gut musste es sein, sich dort zu bewegen und aufzuwarten, im Britschzimmer der Damen auch oder im Speisesaal beim Diner, zu dem ich die befragten Herren und von Schmuck funkelnden Frauen hinabbrachte. Kurz, ich war unruhig, es verlangte mich nach Ausweitung meines Daseins, nach reicheren Möglichkeiten des Austausches mit der Welt und wirklich das wohlgeneigte Glück ließ sie mir zuteil werden. Mein Wunsch, von der Lifttreiberei loszukommen und in neuer Tracht eine neue Tätigkeit von weiterem Horizont zu gewinnen, erfüllte sich. Zu Ostern trat ich in den Kellnerdienst über und das ging vor sich wie folgt. Der Maître d'Hôtel, Monsieur Machacek mit Namen, war ein Mann von großer Stellung, der mit viel Autorität und in täglich frischer Stärkwäsche sein Bauchgewölbe im Speisesaal herumtrug. Der rasierte Speck seines Mondgesichtes schimmerte. Aufs Schönste verfügte er über jene hoch- und fernhinwinkende Armbewegung, mit welcher der Herr der Tische neu eintretende Gäste zu ihren Plätzen entbietet, und seine Art, Missgriffe und Ungeschicklichkeiten des Personals, nur im Vorbeigehen aus dem Mundwinkel zu rügen, war so diskret wie beißend. Er also ließ mich, auf eine Weisung der Direktion, wie ich annehmen muss, eines Vormittages zu sich rufen und nahm meine Aufwartung in einem kleinen, an die prächtige Salle à manger stoßenden Büro entgegen. »Croll«, sagte er, Armand gerufen, »Voyant, voyant, eh bien, ich habe von Ihnen gehört, nicht gerade Nachteiliges und nicht ganz und gar Falsches, wie mir auf den ersten Blick scheint. Er kann täuschen, pourtant. Sie sind sich darüber im Klaren, dass Ihre bisher im Hause geleisteten Dienste ein Kinderspiel waren und eine geringe Bewährung der Gaben bedeuteten, über die Sie etwa verfügen. »Vous consentez?« Man hat vor, hier im Restaurantbetrieb womöglich etwas aus Ihnen zu machen. »Si c'est faisable.« Fühlen Sie einen gewissen Beruf in sich zur Sommellerie? Ein gewisses Talent, sage ich, kein ganz exzeptionelles und glänzendes, wie Sie da versichern. Das heißt, die Selbstemfehlung zu weit treiben. Obgleich Courage auch wieder nicht schaden kann. Ein gewisses Talent also zum eleganten Servieren und allen feineren Aufmerksamkeiten, die dazugehören, zum leidlich gewandten Umgang mit einem Publikum wie dem unseren? Angeboren! Natürlich ist der gleichen angeboren. Aber was Ihnen nach Ihrer Meinung alles angeboren ist, das ist bestürzend. Übrigens kann ich nur wiederholen, dass ein gesundes Selbstvertrauen kein Nachteil ist. Einige Sprachkenntnisse besitzen Sie? Ich habe nicht gesagt umfassende, wie Sie sich ausdrücken, sondern die nötigsten. Bon. Es sind das alles übrigens erst spätere Fragen. Sie stellen sich wohl den Gang der Dinge nicht anders vor, als dass Sie von unten beginnen müssen. Ihre Beschäftigung wird vorderhand darin bestehen, von dem abservierten Geschirr, das aus dem Saal kommt, die Reste zu streichen, bevor es zur eigentlichen Reinigung in die Spülküche geht. Sie werden für diese Tätigkeit ein Monatssalär von 40 Franken beziehen. Eine fast übertrieben hohe Bezahlung, wie Ihre Mine mir zu bezeugen scheint. Es ist übrigens nicht üblich, im Gespräch mit mir zu lächeln, bevor ich selber lächle. Ich bin es, der das Zeichen zum Lächeln zu geben hat. Bon. Die weiße Jacke für Ihre Arbeit als Abkratzer wird Ihnen geliefert. Sind Sie in der Lage, sich unseren Kellnerfrack anzuschaffen, wenn man sie eines Tages zum Abservieren im Saale heranzieht? Sie wissen wohl, diese Anschaffung hat auf eigene Kosten zu geschehen. Durchaus sind Sie in der Lage dazu. Ausgezeichnet. Ich sehe, bei Ihnen stößt man auf keine Schwierigkeiten. Auch mit der notwendigen Wäsche, anständigen Frackhemden sind Sie versehen. Sagen Sie mir doch, sind Sie vermögend von Hause aus? Ein wenig. A la bonheur. Ich denke, Krol, wir werden Ihr Gehalt in absehbarer Zeit auf 50 bis 60 Franc erhöhen können. Die Adresse des Schneiders, der unsere Frecke anfertigt, erfahren Sie vorn im Büro. Sie können, wann Sie wollen, zu uns herüberkommen. Uns fehlt eine Hilfe und für die Lift-Vakanz sind 100 Anwärter da. A bientôt, mon Garçon. Wir nähern uns der Mitte des Monats. Sie werden also für diesmal 25 Franken erheben können, denn ich schlage vor, wir beginnen mit 600 pro Jahr. Diesmal ist Ihr Lächeln zulässig, denn ich bin Ihnen darin vorangegangen. Das war alles. Sie können gehen. So Machacek im Austausch mit mir. Das folgenschwierige Gespräch führte zunächst zu einem Abstieg in meiner Lebenshaltung und dem, was ich vorstellte. Das ist nicht zu leugnen. Ich hatte meine Lift-Boy-Livree im Magazin wieder einzuliefern und erhielt dafür nur eine weiße Jacke, zu der ich mir schleunigst eine brauchige Hose besorgen musste, da ich unmöglich die zu meinem Ausgehanzug gehörige bei der Arbeit abnützen durfte. Diese Arbeit, die Vorreinigung abgespeisten Geschirrs, das Einstreifen des Liegengelassenen im Abfallzuber, war ein wenig erniedrigend im Vergleich mit meiner bisherigen, immerhin edleren Beschäftigung und anfangs auch ekelerregend. Übrigens reichten meine Aufgaben bis in die Spülküche hinein, wo das Service von Hand zu Hand gehend eine Folge von Waschungen durchlief, um bei den Abtrocknern zu landen, zu denen ich mich zeitweise, angetan mit einer weißen Schürze, gesellt fand. So stand ich gleichsam am Anfang und am Ende der Wiederherstellungsprozedur. Gute Miene zu machen zum Unangemessenen und sich mit den Genossen, denen es angemessen ist, auf einen kordialen Fuß zu stellen, ist nicht schwer, wenn man das Wort vorläufig dabei im Herzen trägt. So gewiss war ich, dass den Menschen bei allem Bestehen auf Gleichheit tief eingeborenen Sinnes fürs Ungleiche und natürlich bevorzugte, so gewiss ihres Triebes diesem Sinn Genüge zu tun, so überzeugt also, dass man mich nicht lange auf dieser Stufe festhalten werde, ja sie mich eigentlich nur der Form wegen hatte einnehmen lassen, dass ich gleich anfangs, schon gleich nach meinem Gespräch mit Monsieur Machacek, sobald ich nur frei dafür war, die Bestellung eines Kellner-Frack-Anzuges à la Saint-James-and-Albany bei dem Uniform- und Livré-Schneider getätigt hatte, dessen Atelier sich gar nicht weit vom Hotel in der Rue de Saint-Orsan befand. Es war eine Investierung von 75 Franken, einem zwischen der Firma und dem Hotel vereinbarten Spezialpreis, den Unbemittelte nach und nach von ihrem Lohn zu bestreiten hatten, den aber ich, versteht sich, bar erlegte. Das Habit war außerordentlich hübsch, wenn man es zu tragen wusste. Zu schwarzen Hosen ein dunkelblauer Frack mit einigem Samtbesatz am Kragen und goldenen Knöpfen, die in verkleinerte Gestalt an der ausgeschnittenen Weste wiederkehrten. Ich hatte herzliche Freude an dem Erwerb, hängte ihn im Schranke draußen vom Schlafraum neben meinem Zivilanzug auf und hatte auch für die zugehörige weiße Schleife sowie für Emajeknöpfe zum Hemdverschluss Sorge getragen. So aber kam es, dass, als nach fünf Wochen Geschirredienst einer der beiden unteren Oberkellner, welche Herrn Machacek in schwarzen Frecken mit schwarzen Schleifen zur Seite standen, mir eröffnete, man brauche mich im Saal und mir auftrug, mich schleunig für diesen zu adjustieren, ich ihm erwidern könnte, ich sei in völliger Bereitschaft, dort zu erscheinen und stände in jedem beliebigen Augenblick zur Verfügung. Der nächste Tag also schon sah mich in voller Parue bei der Mittagsmahlzeit im Saal debütieren, in diesem herrlichen, kirchenweiten Raum mit seinen kanellierten Säulen, auf deren vergoldeten Kronen, in weißem Stuck die Deckenflächen ruten, mit seinen rotbeschirmten Wandleuchtern, rotwallenden Fensterdraperien und der Unzahl von weiß Damastenen mit Orchideen geschmückten Rundtischen und Tischchen, um welche Sessel aus weißem Schleiflackholz mit roten Polstern standen und auf denen die zu Fächern und Pyramiden gefälteten Servietten, die glänzenden Bestecke und zarten Gläser, die in blitzenden Kühlkübeln oder leichten Körben lehnenden Weinflaschen paradierten, die herbeizubringen das Sonderamt des mit Kette und Küferschürzchen ausgezeichneten Kellner-Kellermeisters war. Lange bevor die ersten Gäste zum Lanchon sich einfanden, war ich zur Hand gewesen, hatte geholfen, auf einer bestimmten Gruppe von Tischen, denen ich als Zweiter, als Hilfsaufwärter zugeteilt war, die Couverts zu legen, die Menükarten zu verteilen und ließ es mir dann nicht nehmen, das Speisepublikum dieser Tische, dort wenigstens, wo der mir übergeordnete Haupt- und Servierkellner eben nicht sein konnte, mit markierter Herzensfreude zu begrüßen, den Damen die Stühle unterzuschieben, ihnen die Karten zu reichen, Wasser einzuschenken, kurz, diesen Pfleglingen, ohne Ansehen, ihrer ungleichen Reize, meine Gegenwart artig einprägsam zu machen. Recht und Möglichkeit dazu reichten fürs Erste nicht weit. Ich hatte nicht, die Bestellungen entgegenzunehmen, nicht die Schüsseln anzubieten. Meines Amtes war nur, nach jedem Gange abzuräumen, die benutzten Teller und Bestecke hinauszutragen und nach dem Entremé, bevor das Dessert gereicht wurde, die Tischtücher mit Bürste und flacher Schaufel von Brosamen zu reinigen. Jene höheren Pflichten standen Hector, meinem Superieur, einem schon etwas angejahrten Manne, mit schläfriger Miene zu, indem ich sogleich jenen Comis de Salle wiedererkannt hatte, mit dem ich an meinem ersten Morgen in der Kantine droben am Tische gesessen, und der mir seine Zigaretten geschenkt hatte. Auch er erinnerte sich meiner mit einem Mais oui, c'est toi, begleitet von einer müde, abwinkenden Handbewegung, die für sein Verhalten zu mir bezeichnend blieb. Es war von allem an Beginn ein eher verzichtendes als kommandierendes und zurechtweisendes Verhalten. Er sah wohl, dass die Klientel, dass besonders die Damen, Alte und Junge, sich an mich hielten, mich heranwinkten und nicht ihn, wenn es sie nach irgendeiner Sonderzutat, englischem Senf, der Worcester-Soße, Tomato-Ketchup verlangte, Wünsche, die in so manchem mir ganz gut erkennbaren Fall der reine Vorwand waren, um mich an den Tisch zu ziehen, sich an meinem parfaitement Madame, tout de suite Madame zu erfreuen, und, wenn ich das Geforderte überbrachte, das Merci Armand mit einem schräg aufwärtsstrahlenden Blick zu begleiten, der sachlich kaum berechtigt war. Nach einigen Tagen sagte Hector zu mir, während ich ihm am Anrichtetischchen beim Ablösen von Seetzungenfilets von der Gräte behilflich war, »Die würden das viel lieber sehen, wenn du ihnen das Zeug serviertest, au lieu de moi, sind ja alle einträchtig vergafft in dich, toute la canaille friande. Du wirst mich bald an die Wand gedrückt haben und die Tische bekommen, bist eine Attraktion. Et tu n'as pas l'air de l'ignoré. Die Bonzen wissen das auch und schieben dich vor. Hast du gehört? Natürlich hast du's gehört, wie Monsieur Cordonnier, das war der Unteroberkellner, der mich geholt hatte, vorhin zu dem schwedischen Ehepaar sagte, mit dem du so lieblich geplaudert hattest, »Joli petit charmeur, n'est-ce pas? Tu iras loin, mon cher, mais je vois ma benediction.« »Du übertreibst, Hector«, erwiderte ich, »ich muss noch viel von dir lernen, bevor ich daran denken könnte, dich auszustechen, wenn das meine Absicht wäre.« Ich sagte da mehr, als meine Meinung war, denn als an einem der folgenden Tage, während des Dinners, Monsieur Machacek selbst seinen Bauch zu mir heranschob, neben mir stehen blieb, derart, dass unsere Gesichter nach entgegengesetzten Richtungen gekehrt waren und mir aus dem Mundwinkel zuraunte, »Nicht schlecht, Armand, Sie arbeiten nicht ganz schlecht. Ich empfehle Ihnen, gut Acht zu geben auf Hector, wie er es serviert, vorausgesetzt, Sie legen Wert darauf, das auch einmal zu tun.« Da antwortete ich ebenfalls mit halber Stimme, »Ein tausend Dank, Maitre, aber ich kann es schon und besser als er. Ich kann es nämlich, verzeihen Sie, von Natur. Ich dränge Sie nicht, mich auf die Probe zu stellen. Sobald Sie sich aber dazu entschließen, werden Sie meine Worte bestätigt finden.« »Blagueur«, sagte er und ruckte nicht nur kurz auflachend den Bauch, sondern sah auch dabei zu einer Dame in Grün und mit hoher kunstblonder Frisur hinüber, die diesen kleinen Wortwechsel beobachtet hatte, zwinkerte ihr mit einem Auge zu und deutete dabei seitlich mit dem Kopfe auf mich, bevor er mit seinen kurzen, betont-elastischen Schritten weiterging. Auch dabei ließ er noch einmal belustigt den Bauch rucken. Der Kaffee-Dienst führte mich bald auch in die Halle hinaus, wo ich ihn zweimal des Tages zusammen mit einigen Kollegen zu versehen hatte. Er erweiterte sich binnen Kurzem zur Teebedienung da selbst am Nachmittag und da unterdessen Hector zu einer anderen Tischgruppe im Saal versetzt worden und es mir zugefallen war, an derjenigen zu servieren, bei der ich den Aid mitgespielt, so hatte ich fast übermäßig viel zu tun und war abends gegen Ende des vielfältigen Tagewerks, das man mir auferlegte, also beim Reichen von Kaffee und Likören, Whisky-Soda und Infusion de Tilleu nach dem Dinner in der Halle meistens so müde, dass der Sympathie-Austausch zwischen mir und der Welt an Seele verlor. Die Gefälligkeitsspannkraft meiner Bewegungen zu ermatten drohte und mein Lächeln zu einer leicht schmerzhaften Maskenhaftigkeit erstarrte. Am Morgen jedoch erstand meine elastische Natur aus solcher Ermattung zu froher Frische und schon sah man mich wieder zwischen Frühstückszimmer, Getränkeküche und Hauptküche hin und her eilen um jenen Gästen, die nicht den Zimmerdienst in Anspruch nahmen und nicht im Bette frühstückten, den Tee, das Oatmeal, den Toast, das Eingemachte, den gebackenen Fisch, die Pfannkuchen in Sirup zu servieren. Sah mich so dann im Saal mit Hilfe eines Tölpels von zweitem meine sechs Tische zum Langean instand setzen, den Damast über die weiche Friesunterlage spreiten, die Kuverts auflegen und von zwölf Uhr an den Schreibblock in der Hand bei denen, die sich zum Speisen eingefundenen Bestellungen entgegennehmen. Wie wohl verstand ich es doch, schwankende dabei mit der weichen und diskret zurückhaltenden Stimme, die dem Kellner ansteht, zu beraten, wie wohl allen Darreichungen und Versehungen den lieblosen Charakter des Vorwerfens fernzuhalten, alle vielmehr auf eine Acht zu tätigen, als handel es sich um einen persönlichen Liebesdienst. Gebeugt, eine Hand nach guter Servierschule auf dem Rücken, bot ich meine Schüsseln an, übte zwischen ein, aber auch die freie Kunst, Gabel und Löffel in geschickter Kombination, nur mit der rechten Hand habend, denen, die es liebten, selbst vorzulegen, wobei der Betreute, er oder sie, besonders sie, mit angenehmen Befremden meine tätige Hand beobachten mochte, die nicht die eines gemeinen Mannes war. Kein Wunder denn, alles in allem, dass man, wie Hector gesagt hatte, mich vorschob, das Wohlgefallen ausnutzte, das mir aus der überfütterten Luxusgesellschaft des Hauses entgegenschlug. Man gab mich ihm preis, diesem mich umbrodelnden Wohlgefallen und ließ es mein Kunststück sein, es sowohl durch schmelzendes Entgegenkommen anzuspornen, als es auch wieder durch sittige Reserve einzudämmen. Um das Bild reinzuhalten, dass diese Erinnerungen dem Leser von meinem Charakter vermitteln, sei folgendes hier zu meinen Ehren angemerkt. Niemals habe ich eitles und grausames Gefallen gefunden an den Schmerzen von Mitmenschen, denen meine Person Wünsche erregte, welche zu erfüllen die Lebensweisheit mir verwehrte. Leidenschaften, deren Gegenstand man ist, ohne selbst von ihnen berührt zu sein, mögen Naturen, ungleich der meinen, einen Überlegenheitsdünkel von unschöner Kälte oder auch jenen verachtenden Widerwillen Einflößen, der dazu verleitet, die Gefühle des Anderen ohne Erbarmen mit Füßen zu treten. Wie sehr verschieden bei mir. Ich habe solche Gefühle stets geachtet, sie aus einer Art von Schuldbewusstsein aufs Beste geschont und durch ein begütigendes Verhalten die Befallenen zu verständiger Entsagung anzuhalten gesucht, wofür ich aus der hier abzuhandelnden Periode meines Lebens das zwiefache Beispiel der kleinen Eleanor Twentiman aus Birmingham und des Lord Kilmanock eines Angehörigen des schottischen Hochadels anführen will. Aus dem Grunde, weil beide gleichzeitig spielende Fälle auf unterschiedliche Art Versuchungen darstellten, zum vorzeitigen Ausbrechen aus der gewählten Laufbahn Lockungen mich in einen der Seitenpfade zu werfen, von denen mein Pate mir gesprochen, die man aber nicht genug auf ihr wohin und wie weit prüfen konnte. Twentimens, Vater, Mutter und Tochter, nebst einer Zofe bewohnten mehrere Wochen lang eine Suite im St. James in Albany, was allein auf eine erfreuliche Vermögenslage schließen ließ. Sie wurde bestätigt und unterstrichen durch prachtvolle Juwelen, die Mrs. Twentiman beim Dinner zur Schau trug und um die es, so muss man sagen, schade war. Denn Mrs. Twentiman war eine freudlose Frau, freudlos für den Anschauenden und wahrscheinlich auch nach ihrem eigenen Befinden, welche offenbar durch den Erfolg gekrönten birmingham-schen Gewerbefleiß ihres Gatten aus kleinbürgerlicher Sphäre in Verhältnisse aufgestiegen war, die sich steif und starr machten. Mehr Gutmütigkeit ging aus von Mr. Twentiman mit seinem roten Portweingesicht, doch versiegte seine Juvialität zum besten Teil in der ihn umhüllenden Schwerhörigkeit, von welcher der leerhorchende Ausdruck seiner wasserblauen Augen zeugte. Er bediente sich eines schwarzen Hörrohrs, in das seine Gattin sprechen musste, wenn sie, was selten vorkam, ihm etwas zu sagen hatte, und dass er auch mir hinhielt, wenn ich ihn bei seiner Bestellung beriet. Sein Töchterchen, die 17- oder 18-jährige Eleanor, die ihm an einem Tisch Nummer 18 gegenüber saß, pflegte zu weilen, auch wohl durch sein Winken dazu berufen, aufzustehen und sich zu einer kurzen, durchs Rohr gepflegten Konversation zu ihm hinüber zu verfügen. Seine Zärtlichkeit für das Kind war offensichtlich und gewinnend. Was Mrs. Twentyman betrifft, so will ich ihr mütterliche Gefühle gar nicht abstreiten, aber eher, als in lieben Blicken und Worten äußerten sie sich in kritischer Überwachung von Eleanors Tun und Lassen, zu der Mrs. Twentyman öfters die Schildpatt Laurinette an die Augen führte, nie ohne etwas an der Frisur der Tochter an ihrer Haltung zu beanstanden, ihr das Kneten von Brotkügelchen, das Abnagen eines Hühnerbeines aus der Hand, das neugierige Umherblicken im Saal zu verweisen und sofort. Aus all dieser Kontrolle sprach eine erzieherische Unruhe und Besorgnis, die Miss Twentyman beschwerlich genug sein mochte, die aber meine ebenfalls beschwerlichen Erfahrungen mit ihr mich zwingen, als ziemlich berechtigt anzuerkennen. Sie war ein blondes Ding, hübsch nach Art eines Zickleins, mit den rührendsten Schlüsselbeinen von der Welt, wenn abends ihr seidenes Kleidchen ein wenig ausgeschnitten war. Da ich von je eine Schwäche für den angelsächsischen Typ gehegt habe und sie diesen sehr ausgeprägt darstellte, so sah ich sie gern, sah sie übrigens immerfort bei den Mahlzeiten, nach den Mahlzeiten und bei der Teemusik, zu der die Twentymans wenigstens anfangs ebenfalls Platz zu nehmen pflegten, wo ich bediente. Ich war gut zu meinem Zicklein und gab sie mit der Aufmerksamkeit eines ergebenen Bruders, legte ihr das Fleisch vor, brachte ihr das Dessert zum zweiten Mal, versah sie mit Grenadine, die sie sehr gern trank, hüllte zärtlich ihre dünnen schneeweißen Schülterchen in den gestickten Umhang, wenn sie sich vom Dinner erhob und tat mit all dem entschieden zu viel, versündigte mich unbedacht an diesem nur zu empfänglichen Seelchen, indem ich zu wenig dem besonderen Magnetismus Rechnung trug der, ob ich wollte oder nicht ausging von meinem Sein auf jedes nicht völlig stumpfe Mitwesen ausgegangen wäre, so wage ich zu behaupten, auf jedes auch dann, wenn meine sterbliche Hülle, wie man's am Ende nennt, mein Lärvchen also, weniger für sich gesprochen hätte, denn dieses war nur die Erscheinung des Gebilde tieferer Kräfte der Sympathie. Kurzum, gar bald musste ich gewahr werden, dass die Kleine sich über und über in mich verliebt hatte, und das war natürlich nicht meine Wahrnehmung allein, sondern die scharf besorgte Schildpad Lorinette Mrs. Twentiments erspähte es auch, wie mir ein zischendes Flüstern bestätigte, dass ich einmal beim Lunch hinter meinem Rücken vernehmen ließ. Elianor, if you don't stop staring at that boy, I'll send you up to your room and you will have to eat alone till we leave. Ja, leider, das Zicklein beherrschte sich schlecht, sie kam gar nicht darauf, es zu tun und irgendein Hehl daraus zu machen, dass es um sie geschehen war. Ihre blauen Augen hingen ständig an mir, verzückt und traumverloren und wenn die das Gesicht mit Blut übergossen den Blick auf ihren Teller, hob ihn aber gleich wieder, als dürfe sie es nicht fehlen lassen, gewaltsam aus der Glut ihres Angesichtes hingebend zu mir auf. Man durfte die Wachsamkeit der Mutter nicht schelten, wahrscheinlich war sie gewarnt durch frühe Anzeichen dafür, dass dieses Kind Birminghamer Wohlanständigkeit zur Zügellosigkeit neigte, zu einem unschuldig wilden Glauben an das und sogar die Pflicht, sich offen der Leidenschaft zu überlassen. Gewiss tat ich nichts, dem Vorschub zu leisten, nahm mich schonend und fast ermahnend zurück, ging in meinem Verhalten zu ihr nicht über die dienstlich gebotenste Aufmerksamkeit hinaus und billigte die für Eleanor freilich sehr grausame, zweifellos von der Mutter verordnete Maßnahme, dass Twentiments anfangs der zweiten Woche den Aufgaben und in einem entfernten Teil des Saales verzogen, wo Hector bediente. Aber mein wildes Zicklein wusste Auskunft. Plötzlich erschien sie, schon acht Uhr früh, bei mir unten zum Petit Dejeuner, während sie doch bis dahin, wie ihre Eltern, auf ihrem Zimmer gefrühstückt hatte. Gleich beim Hereinkommen wechselte sie die Farbe, suchte mich mit ihren geröteten Augen und Pfand, denn um diese Stunde war der Frühstücksraum noch dünn besetzt, nur zu leicht Platz in meinem Dienstbereich. Good morning, Miss Twentiman, did you have a good rest? Very little rest, Armand, very little, lispelte sie. Ich zeigte mich betrübt, das zu hören. Aber dann, sagte ich, wäre es vielleicht weiser gewesen, noch ein wenig im Bett zu bleiben und dort ihren Tee und ihr Porridge zu haben, die ich ihnen nun gleich bringen werde, die sie aber, glaube ich, droben ungestörter würden genießen können. Es ist so ruhig und friedlich dort im Zimmer in ihrem Bett. Was antwortete dieses Kind? No, I prefer to suffer, but you are making me suffer too, erwiderte ich leise, indem ich ihr auf der Karte die Marmelade zeigte, die sie nehmen sollte. Oh, Armand, then we suffer together, sagte sie und schlug ihre unausgeruhten Augen träumend zu mir auf. Was sollte daraus werden? Ich wünschte ihr herzlich die Abreise, aber die zog sich hin und verständlich war es ja, dass Mr. Twentiman sich nicht durch eine Liebesgrille seines Töchterchens, von der er durchs schwarze Rohr gehört haben mochte, seinen Pariser Aufenthalt verkürzen lassen wollte. Miss Twentiman aber kam jeden Morgen, wenn ihre Eltern noch schliefen, sie schliefen bis zehn Uhr, so dass Eleanor, wenn ihre Mutter sich nach ihr umsah, vorgeben konnte, ihr Frühstücksgeschirr sei vom Zimmerkellner schon weggeräumt und ich hatte meine liebe Not mit ihr, vor allem damit, ihren Ruf zu schützen und ihren misslichen Zustand, ihre Versuche, mir die Hand zu drücken und anderen berauschten Leichtsinn mehr, vor etwa Umsitzenden zu verbergen. Meinen Warnungen, dass die Eltern jedoch eines Tages auf die Schliche kommen, ihr Frühstücksgeheimnis entdecken würden, blieb sie taub. Nein, Miss Twentiman schlief morgens am festesten und wie viel Liebe war sie jedoch, wenn sie schlief, als wenn sie wach war und sie überwachte. Mami liebte sie nicht, sie war nur scharf auf sie durch die Lorinette. Daddy, der liebte sie, nahm aber ihr Herz nicht ernst, was Mami immerhin tat, wenn auch im Bösen und Eleanor war geneigt, ihr das zugute zu halten, for I love you. Ich wollte das vorläufig nicht gehört haben. Als ich aber zu ihrer Bedienung wiederkam, sagte ich unter der Hand und redete ihr zu, Miss Eleanor, was sie da vorhin fallen ließen von Love, das ist nur Einbildung und purer Nonsens, ihr Daddy hat ganz Recht, es nicht ernst zu nehmen und ihre Mami auch wieder Recht, es ernst zu nehmen als Nonsens nämlich und es ihnen zu verwehren. Nehmen Sie doch bitte, Sie selbst ist gar nicht so ernst zu Ihrem und meinem Leide, sondern suchen Sie ein wenig Spott dafür aufzubringen. Was ich nicht tue, gewiss nicht weit entfernt davon, tun Sie es aber. Was soll es denn fruchten? Es ist ja ganz unnatürlich. Da sind Sie nun, die Tochter eines so hoch zu Reichtum gekommenen Mannes wie Mr. Twentyman, der einige Wochen mit Ihnen im St. James and Albany wohnt, wo ich aufwarte, ein Kellner. Ich bin doch nur ein Kellner, Miss Eleanor, ein niederes Glied unserer Gesellschaftsordnung, der ich Ehrerbietung entgegenbringe. Sie aber verhalten sich aufrührerisch gegen Sie und abnormal, indem Sie mich nicht nur nicht gänzlich übersehen, wie es natürlich wäre und wie Ihre Mami es mit Recht verlangt, sondern, während Ihre Eltern durch friedlichen Schlummer verhindert sind, die Gesellschaftsordnung zu schützen, heimlich zum Frühstück kommen und mir von Love reden. Das ist aber eine verbotene Love, zu der ich nicht die Hand bieten kann und muss mich sträuben gegen die Freude darüber, dass Sie mich gern sehen. Ich darf Sie gern sehen, wenn ich's für mich behalte, das wohl, aber dass Sie, Mr. und Mrs. Twentiments Tochter, mich gern sehen, das geht nicht und ist wieder die Natur. Es ist auch nur Augenverblendung und kommt größtenteils von diesem Frack à la St. James and Albany mit dem Summit-Besatz und den Goldknöpfen, der nichts als der Putz meiner niederen Stellung ist und ohne den ich nach gar nichts aussähe. Ich versichere Sie, so etwas wie Ihre Love, das fliegt einen wohl auf Reisen an und angesichts solchen Frackes und wenn man fort ist, wie sie fort sein werden, sehr bald, so vergisst man's bis zur nächsten Station. Überlassen Sie mir die Erinnerung an unsere Begegnung da hier, dann ist das Gedächtnis daran irgendwo aufgehoben, ohne doch sie zu beschweren. Konnte ich mehr für sie tun und war es nicht liebreich geredet? Sie aber weinte nur, so dass ich froh sein musste, wenn in der Nähe die Tische leer waren, ziemlich schluchzend der Grausamkeit und wollte nichts wissen von der natürlichen Gesellschaftsordnung und der Unnatur ihrer Vernachtheit, sondern bestand jeden Morgen darauf, wenn wir nur einmal ganz allein und ungestört sein könnten und freie Hand hätten, in Wort und Tat, dann würde sich schon alles finden und zum Glück geordnen, vorausgesetzt, dass ich sie ein wenig lieb hätte, was ich gar nicht bestritt, jedenfalls nicht meine Dankbarkeit für ihre Zuneigung. Doch wie sollte das Rendezvous zum Alleinsein in Freiheit zu Wort und Tat sich wohl herstellen lassen? Das wusste sie auch nicht, ließ aber deshalb nicht ab von ihrem Begehren und machte es mir zur Auflage, eine Möglichkeit zu seiner Erfüllung auszufinden. Kurzum, meine liebe Not hatte ich mit ihr und wenn nur nicht zur selben Zeit und gar nicht nur nebenbei die Geschichte mit Lord Kilmanock gespielt hätte. Keine geringere Prüfung wahrhaftig, da es hier nicht um ein klein Mädchen wildfang des Gefühls, sondern um eine Persönlichkeit ernsten Gewichtes ging, deren Empfindungen etwas wogen auf der Waage der Menschheit, so dass man weder ihm raten konnte, ihrer zu spotten noch selbst Spott darüber aufzubringen vermochte. Ich wenigstens war nicht der Jüngling dazu. Der Lord, der 14 Tage bei uns wohnte und an einem meiner Tischchen für Einzelpersonen speiste, war ein Mann von sichtlicher Vornehmheit, um die 50 mäßig hoch gewachsen, schlank, äußerst akkurat gekleidet, mit noch ziemlich dichtem, eisenfarbig ergrautem, sorgfältig gescheiteltem Haar und einem gestutzten, ebenfalls leicht ergrauten Schnurrbart, der den bis zur Anmut feinen Schnitt des Mundes der Beobachtung freigab. Gar nicht feingeschnitten und wenig aristokratisch war die überstarke, fast klobige Nase, die, einen tiefen Einschnitt bildend zwischen den etwas schräg gesträubten Brauen, den grüngrauen Augen, welche sich mit einer gewissen Anstrengung und Überwindung offen zeigten, gerade und schwer aus dem Gesicht hervorsprang. War dies zu bedauern, so erfreute wiederum die stets peinlich saubere, letzte Weichheit erzählende Rasur von Wangen und Kinn, die überdies von einer Creme glänzten, mit der der Lord sich nach der Säuberung einrieb. Fürs Taschentuch benutzte ein Feilchen Wasser, dessen Duft von unglaublicher, mir sonst nie vorgekommener Natürlichkeit und Frühlingsfrische war. Sein Eintritt in den Saal war immer von einer Befangenheit, die bei einem so großen Herrn hätte befremden können, seinem Ansehen aber wenigstens in meinen Augen keinen Abbruch tat. Zu viel Würde stand ihr entgegen und sie ließ nur vermuten, es sei etwas Besonderes mit ihm und er fühlte sich darum bemerkt und beobachtet. Seine Stimme war sanft und ich begegnete ihr mit einer noch sanfteren, um zu spät gewahrt zu werden, dass das nicht gut für ihn war. Sein Wesen war von der melancholisch umflurten Freundlichkeit eines Mannes, der viel gelitten hat, und sollte die ein gut gearteter Mensch nicht erwidern, wie ich es zartsinnig pfleglich bei seiner Bedienung tat. Es war aber nicht gut für ihn. Wenig zwar sah er mich an, bei den kurzen Bemerkungen über das Wetter und das Menü, auf die sich anfangs beim Service unser Austausch beschränkte, wie er überhaupt seine Augen wenig gebrauchte, sie zurückhielt und schonte, gerade, als ob er besorgte, sich durch ihren Gebrauch in Ungelegenheiten zu stürzen. Eine Woche dauerte es, bis die Beziehungen zwischen uns sich lockerten und aus dem Rahmen eines rein formellen und konventionellen traten, bis ich mit einem Vergnügen, dem es an Besorgnis nicht fehlte, Anzeichen persönlicher Teilnahme an mir bei ihm wahrnahm. Eine Woche, das ist wohl das Minimum an Zeit, dessen eine Seele bedarf, um im täglich wiederholten Umgang mit einer fremden Erscheinung gewisse Veränderungen zu erfahren, besonders bei so sparsamem Gebrauch der Augen. Nun fragte er, wie lange ich schon hier diente, fragte nach meiner Herkunft, meinem Alter, dessen zarte Ziffer er mit einem gerührt achselzuckenden Mon Dieu oder God Heavens, er sprach ebenso oft Englisch wie Französisch, zur Kenntnisnahm. Wenn ich also Deutsch sei von Geburt, erkundigte er sich, warum ich dann den französischen Namen Armand trüge. Ich trüge ihn nicht, antwortete ich, ich führte ihn bloß, gemäß einer Verfügung von oben. In Wirklichkeit hieß ich Felix. Ah, hübsch, sagte er, wenn es nach mir ginge, würde ihnen ihr wirklicher Name zurückgegeben. Und es stimmte nicht recht mit seiner überlegenen Stellung überein und gab mir den Eindruck leichter Unbalanciertheit, dass er die Mitteilung hinzufügte, sein eigener Taufname sei Nektan, welches nämlich der Name eines Königs der Pikten, der Urbevölkerung Schottlands gewesen sei. Ich beantwortete dies zwar mit einer Mimik achtungsvollen Interesses, aber die Frage drängte sich auf, was ich damit anfangen sollte, dass er Nektan hieß. Es war mir nichts Nütze, denn ich hatte ihn Mülort zu nennen und nicht Nektan. Nach und nach erfuhr ich, dass er auf einem Schloss unweit der Stadt Ebberdien zu Hause sei, wo er allein mit einer älteren, leider kränklichen Schwester lebte, dass er außerdem aber ein Sommerhaus an einem der Seen der Highlands besitze, in einer Gegend, wo die Leute noch Gälisch sprechen. Er konnte es auch ein wenig und wo es sehr schön und romantisch sei, die Berghänge jach und zerklüftet, die Luft mit würzigen Heidekrautdüften erfüllt. Übrigens sei es auch nah Ebberdien sehr schön, die Stadt biete jedwede Unterhaltung für den, dem es darum zu tun sei, die Luft wehe kräftig und rein von der Nordsee. Ferner bekam ich zu wissen, dass er die Musik liebe und Orgel spiele. Im Haus am Bergsee zu Sommerszeit sei es freilich nur ein Harmonium. Für diese Eröffnungen, die nicht gesprächig zusammenhängend, sondern unter der Hand hier und da hingeworfen und fragmentarisch kamen und, mit Ausnahme etwa von Nektan, als übertriebene Mitteilsamkeit nicht auffallen konnten, bei einem Alleinreisenden, der zum Plaudern niemanden hat als den Kellner, war die Gelegenheit am günstigsten, wenn das Lunch serviert war und der Lord, wie er mittags zu tun pflegte, seinen Kaffee nicht in der Halle nahm, sondern dazu ägyptische Zigarren rauchend an seinem Tischchen in dem fast leeren Saale sitzen blieb. Von dem Kaffee nahm er stets mehrere Tässchen, hatte aber vorher weder etwas getrunken noch irgend ausgiebig gegessen. Tatsächlich aß er fast nichts und man musste sich wundern, wie er bei dem, was er zu sich nahm, überhaupt bestehen konnte. Mit der Suppe zwar nahm er einen guten Anlauf, starke Consommet, Mockturtle und Oxtail Soup verschwanden rasch aus seinem Teller. Von sonst allem aber, was ich an guten Dingen ihm auflegte, kostete er nur einen oder zwei Bissen, zündete sich sofort wieder eine Zigarette an und ließ jedes Gericht fast unberührt wieder abtragen. Auf die Dauer konnte ich eine Bemerkung darüber nicht unterdrücken. Mais vous ne mangez rien, milord, sagte ich bekümmert, leschais se formalisera si vous dédaignez tous ces plats. Was wollen Sie? Es fehlt ein Appetit, antwortete er. Es fehlt immer daran. Nahrungsaufnahme. Ich Abneigung dagegen. Vielleicht ist sie das Zeichen einer gewissen Selbstverneinung. Das Wort, das ich noch nie gehört hatte, erschreckte mich und forderte meine Höflichkeit heraus. Selbstverneinung, rief ich leise, darin, milord, kann niemand Ihnen folgen und zustimmen. Es muss unbedingt dem lebhaftesten Widerspruch begegnen. Wirklich, frug er und wandte mir langsam den von unten von der Tischplatte her gegen mein Gesicht aufsteigenden Blick zu. Sein Blick hatte immer etwas Erzwungenes und etwas von Überwindung. Doch diesmal war seinen Augen anzusehen, dass die Anstrengung gern geschah. Sein Mund lächelte mit feiner Schwermut. Darüber aber sprang mir gerade und schwer die überdimensionierte Nase entgegen. Wie kann man nur, dachte ich, einen so feinen Mund und eine so klobige Nase haben? Wirklich, bestätigte ich in einiger Verwirrung. Vielleicht mon enfant, sagte er, erhöht Selbstverneinung die Fähigkeit zur Bejahung des Anderen. Damit stand er auf und ging aus dem Saal. In mancherlei Gedanken blieb ich am Tischchen zurück, das ich abräumte und neu instand setzte. Es litt wenig Zweifel, dass die tägliche, mehrmalige Berührung mit mir für den Lord nicht gut war. Aber ich konnte sie weder abstellen, noch sie unschädlich machen, indem ich aus meinem Verhalten zu ihm alle zarte Zuvorkommenheit tilgte, es steif und schnöde gestaltete und so Gefühle verwundete, die ich großgezogen hatte. Mich über sie lustig zu machen, war ich weit weniger noch in der Lage, als im Falle der kleinen Eleanor, freilich auch nicht in der, mich nach ihrem Wesen auf sie einzulassen. Dies ergab einen beschwerlichen Konflikt, der zur Versuchung werden sollte, durch den unerwarteten Antrag, den er mir machte, unerwartet, was seinen sachlichen Inhalt betraf, wenn auch sonst keineswegs. Es geschah gegen Ende der zweiten Woche beim Café Service nach dem Dinner in der Halle. Ein kleines Orchester konzertierte nahe dem Eingang zum Saale hinter einem Pflanzengehege. Entfernt davon, am anderen Ende des Raumes hatte der Lord ein etwas für sich stehendes Tischchen gewählt, das er übrigens schon mehrmals benutzt und auf das ich ihm seinen Mocker gestellt hatte. Als ich wieder an ihm vorbeiging, verlangte er nach einer Zigarre. Ich brachte ihm zwei Schachteln mit Importen, Beringten und Unberingten. Er betrachtete sie und sagte, Welche soll ich denn nehmen? In der Händler antwortete ich empfiehlt diese und ich deutete auf die Beringten. Persönlich würde ich, wenn es erlaubt ist, eher zu anderen raten. Ich konnte es nicht unterlassen, ihm Gelegenheit zur Courtoisie zu geben. So werde ich mich an ihr Urteil halten, sagte er denn auch, griff aber noch nicht zu, sondern ließ mich die beiden Kistchen weiter ihm darbieten und blickte auf sie nieder. Armand fragte er leise in die Musik hinein, Mülard, er änderte die Anrede und sagte, Felix, Mülard befehlen, frug ich lächelnd, sie hätten nicht Lust, kam es von ihm, ohne dass er die Augen von den Zigarren erhoben hätte, den Hoteldienst mit einer Stellung als Kammerdiener zu vertauschen? Da hatte ich es. Wie das, Mülard? fragte ich scheinbar verständnislos. Er wollte gehört haben, bei wem, und antwortete mit leichtem Achselzucken, bei mir, das ist sehr einfach, sie begleiten mich nach Aberdeen und Schloss Necton Hall, sie entledigen sich dieser Livree und tauschen ein Zivil von Distinktion dafür ein, das ihre Stellung markiert und sie von der anderen Dienerschaft unterscheidet. Es ist allerlei Dienerschaft da. Ihre Pflichten würden sich ganz auf die Betreuung meiner Person beschränken. Sie würden immer um mich sein, auf dem Schloss und dem Sommerhaus in den Bergen. Ihr Salär, fügte er hinzu, wird vermutlich das Doppelte und Dreifache des hier Bezogenen ausmachen. Ich schwieg, ohne dass er mich durch einen Blick zum Reden angespornt hätte. Vielmehr nahm er mir eins der Kistchen aus der Hand und verglich diese Sorte mit der anderen. Das will sehr sorgfältig überlegt sein, Milord, ließ ich mich schließlich vernehmen. Ich brauche nicht zu sagen, dass ihr Anerbieten mich außerordentlich irrt, aber es kommt so überraschend. Ich muss um Bedenkzeit bitten. Zum Bedenken erwiderte er, ist wenig Zeit. Wir haben Freitag. Ich reise im Laufe des Montags. Kommen Sie mit mir. Es ist mein Wunsch. Er nahm eine der von mir empfohlenen Zigarren, betrachtete sie rundherum und führte sie an die Nase. Kein Beobachter hätte erraten können, was er dabei sagte. Er sagte leise, es ist der Wunsch eines einsamen Herzens. Welcher Unmensch will mir meine Ergriffenheit verargen und dabei wusste ich schon, dass ich mich nicht entschließen würde, diesen Seitenpfad einzuschlagen. Ich verspreche eurer Lordschaft, murmelte ich, dass ich die gegebene Frist zur Überlegung sorgfältig nutzen werde und zog mich zurück. Er hat, dachte ich, eine gute Zigarre zu seinem Kaffee. Diese Verbindung ist äußerst behaglich und das Behagen ist immerhin eine mindere Form des Glücks, mit der muss man sich unter Umständen begnügen. Der Gedanke war ein stiller Versuch, ihm behilflich zu sein, sich zu behelfen. Aber es kamen nun einige sehr bedrückende Tage, denn bei jeder Hauptmahlzeit und auch nach dem Tee blickte der Lord einmal auf und fragte nun, entweder schlug ich nur die Wimpern nieder und hob die Schultern, als seien sie schwer beladen, oder ich antwortete sorgenvoll, noch bin ich nicht zur Entscheidung gediehen. Sein feiner Mund wurde zusehends bitterer, aber mochte seine leidende Schwester auch einzig sein Glück im Auge haben, bedachte er die penible Rolle, die ich unter der zahlreichen Dienerschaft, von der er gesprochen und selbst unter der gälischen Gebirgsbevölkerung zu spielen haben würde, nicht die Laune des großen Herrn, sagte ich mir, würde der Hohn treffen, sondern das Spielzeug seiner Laune. Insgeheim, bei allem Mitgefühl, beschuldigte ich ihn des Egoismus, und wenn ich nur nicht außerdem immerfort Elianor Twentiments verlangen, nach freier Hand zu Wort und Tat im Zaume zu halten gehabt hätte. Beim Sonntags-Dinner wurde viel Champagner getrunken im Saal. Der Lord trank zwar keinen, aber bei Twentiments drüben knallte der Pfropfen, und ich dachte bei mir, dass das nicht gut sei, für Elianor. Es sollte sich die Berechtigung dieser Sorge erweisen. Nach Tische, wie gewöhnlich, servierte ich Kaffee in der Halle, an welche, getrennt von ihr durch eine mit grüner Seide bespannte Glastür, ein Bibliotheksraum mit Lederfoteus und langen Zeitungstisch dies. Sehr wenig war das Zimmer benutzt, nur morgens saßen dort meistens einige Leute und lasen die neu ausgelegten Blätter. Man sollte diese eigentlich nicht aus der Bibliothek entfernen, aber jemand hatte das Journal des Debats mit in die Halle genommen und es beim Weggehen auf dem Stuhl an seinem Tischchen liegen lassen. Ich rollte es ordnungsliebend um seine Stange und trug es ins leere Lesezimmer hinüber. Eben hatte ich es auf dem Langtisch in Reih und Glied versorgt, als Eleanor sich einfand und klar bewies, dass ein paar Gläser Moet Chandon ihr den Rest gegeben hatten. Sie kam auf mich zu, schlang mit Zittern und Beben die bloßen Ärmchen um meinen Hals und stammelte Armand I love you so desperately and helplessly I don't know what to do I am so deeply so utterly in love with you that I am lost 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 say tell me do you love me a little bit too for heaven's sake miss Eleanor be careful somebody might come in for instance your mother how on earth did you manage to escape her of course I love you sweet little Eleanor you have such moving color bones you are such a lovely child in every way but now get your arms off my neck and watch out this is extremely dangerous what do I care about danger I love you I love you Armand let's flee together let's die together but first of all kiss me your lips your lips I am parched with thirst for your lips nein dear Eleanor sagte ich indem ich versuchte ohne Gewaltanwendung ihre Arme von mir zu lösen wir wollen damit nicht anfangen ohne dies haben sie Champagner getrunken mehrere Gläser wie es scheint und wenn ich sie nun auch noch küsse so ist es gänzlich aus mit ihnen sie sind dann vernünftigen Vorstellungen überhaupt nicht mehr zugänglich ich habe ihnen doch so herzlich vor Augen gehalten wie unnatürlich es ist für die Tochter eines durch Reichtum hochgestellten Elternpaares wie Mr. und Mrs. Twentyman sich in den ersten besten Kellnerburschen zu vernarren es ist die reine Verirrung und sollte sie auch ihrer Natur und Anlage entsprechen so müssen sie sie doch um des gesellschaftlichen Naturgesetzes und der guten Sitte Willen überwinden nicht wahr nun sind sie ein gutes verständiges Kind und lassen mich los und gehen zu Mami oh Armand was sind sie so kalt so grausam und haben doch gesagt dass sie mich ein wenig lieben zu Mami ich hasse Mami und sie hasst mich aber Daddy der liebt mich und ich bin sicher dass er sich in alles finden wird wenn wir ihn vor vollendete Tatsachen stellen wir müssen nur einfach fliehen fliehen wir diese Nacht mit dem Express zum Beispiel nach Spanien nach Marokko ich bin ja gekommen ihnen dies vorzuschlagen da wollen wir uns verstecken und ich will ihnen ein Kind schenken das wird die vollendete Tatsache sein und Daddy wird sich da rein finden wenn wir uns ihm mit dem Kind zu Füßen werfen und wird uns sein Geld geben dass wir reich und glücklich sind your lips und das wilde Kind tat verhaftig als wollte sie gleich hier auf der Stelle ein Kind von mir empfangen nun genug entschieden genug dear little Eleanor sagte ich und nahm endlich sanft aber ernstlich ihre Arme von mir herunter das alles sind ganz verquere Träume um deren Willen ich nicht meinen Weg verlassen und solchen Seitenpfad einschlagen kann es ist gar nicht recht von ihnen und stimmt wenig mit der Versicherung ihrer Liebe überein dass sie mir so zusetzen mit ihrem Anliegen und mich durchaus in die Quere locken wollen wo ich's doch ohne dies schwer und noch andere Sorgen noch anderweitig meine liebe Not habe als nur mit ihnen sie sind recht egoistisch wissen sie das wohl aber so seid ihr alle und ich zürne ihnen nicht sondern danke ihnen und werde die kleine Eleanor nicht vergessen jetzt aber lassen sie mich meinem Dienst nachgehen in der Halle oh oh weinte sie los no kiss no child poor unhappy me poor little Eleanor so miserable and disdained und die Händchen vorm Gesicht warf sie sich in einen Ledersessel und schluchzte herzbrechend ich wollte zu ihr treten um sie tröstlich zu streicheln bevor ich ging das aber war einem anderen vorbehalten es kam nämlich in diesem Augenblick jemand herein nicht irgendjemand es war Lord Kilmanock von Necton Hall in seinem vollkommenen Abendanzug die Füße nicht in Lack sondern in mattes schmiegsames Lammleder gekleidet die Rasur blinkend von Creme trat er ein die schwerstarrende Nase voran den Kopf ein wenig zur Schulter geneigt betrachtete er unter seinem schrägen Brauen sinnend die in ihrer Hände weinende trat zu ihrem Stuhl und streichelte ihr mit dem Fingerrücken mildtätig die Wange mit überschwemmten Augen und offenen Mundes sah sie verblüfft zu dem Fremden auf sprang vom Stuhl und lief wie ein Wiesel durch die andere Tür die der Glastür entgegengesetzte hinaus sinnend wie zuvor blickte er ihr nach dann wandte er sich mit Ruhe und vorzüglichem Anstand zu mir Felix sprach er der letzte Augenblick zur Entscheidung ist gekommen ich reise morgen schon früh noch in der Nacht müssten sie ihre Habe packen um mich nach Schottland zu begleiten welches ist ihr Entschluss? Mülort erwiderte ich ich danke ergebenst und bitte um Nachsicht ich fühle mich der mir gütigst angebotenen Stellung nicht gewachsen und bin zu der Überzeugung gediehen dass ich besser davon absehe diesen von meinem Wege abzweigenden Pfad einzuschlagen ich kann sagte er hierauf was sie von Unzulänglichkeit vorgeben nicht ernst nehmen im Übrigen setzte er hinzu und warf einen Blick auf die Ausgangstür habe ich den Eindruck dass ihre Angelegenheiten hier abgeschlossen sind so nahm ich mich zusammen ihm zu antworten ich muss auch diese hier abschließen und darf eurer Lordschaft recht glückliche Reise wünschen er senkte das Haupt und hob es nur langsam wieder um mir nach seiner Acht die voller Selbstbezwingung war in die Augen zu blicken Felix sagte er sie fürchten nicht die größte Fehlentscheidung ihres Lebens zu treffen eben das fürchte ich Mülort und daher mein Entschluss weil sie sich der Stellung die ich ihnen biete nicht gewachsen fühlen ich sollte mich sehr täuschen wenn sie nicht mit mir in dem Gefühl übereinstimmten dass sie noch für ganz andere Stellungen geboren sind meine Anteilnahme an ihnen eröffnet Möglichkeiten die sie bei ihrem Nein nicht in Rechnung stellen ich bin kinderlos und Herr meiner Handlungen es gibt Fälle von Adoption sie könnten eines Tages als Lord Kilmanok und Erbe meiner Besitzungen erwachen das war stark er ließ wahrhaftig alle Minen springen in meinem Kopf in meinem Kopf tummelten sich die Gedanken aber zur Zurücknahme meiner Absage ordneten sie sich nicht es würde eine missliche Lordschaft sein die seine Anteilnahme mir da in Aussicht stellte misslich in den Augen der Leute und nicht von der rechten Durchschlagskraft aber das war nicht die Hauptsache die Hauptsache war das ein Instinkt seiner selbst sehr sicher Partei nahm in mir gegen eine mir präsentierte und obendrein schlackenhafte Wirklichkeit zugunsten des freien Traumes und Spieles selbst geschaffen und von eigenen Gnaden will sagen von Gnaden der Fantasie wenn ich als Knabe erwacht war mit dem Beschluss ein 18-jähriger Prinz namens Karl zu sein und an dieser reinen und reizenden Erdichtung solange ich wollte in Freiheit festgehalten hatte das war das Rechte gewesen und nicht was dieser Mann mit der starrenden Nase mir in seiner Anteilnahme bot ich habe sehr rasch abgekürzt und mit der Eile die damals meine Gedanken antrieb zusammengefasst was in mir vorging ich sagte fest verzeihen Sie mir laut wenn ich meine Antwort auf die Wiederholung meiner besten Reisewünsche beschränke da erbleichte er und plötzlich sah ich sein Kinn erzittern der Unmensch wo ist er der mich schillt weil bei diesem Anblick auch mir die Augen sich röteten vielleicht sogar feuchteten aber nein doch wohl nur etwas röteten Anteilnahme ist Anteilnahme ein Kujon der gar keine Dankbarkeit dafür aufbringt ich sagte aber milord nehmen Sie es sich nicht so zu Herzen Sie haben mich getroffen und mich regelmäßig gesehen und Anteilnahme gefasst an meiner Jugend und ich bin aufrichtig erkenntlich dafür aber es steht doch recht zufällig um diese Anteilnahme sie könnte sie könnte ebenso gut auf einen anderen gefallen sein bitte ich möchte sie nicht verletzen noch mir die Ehre schmälern aber wenn ich auch ganz genau so wie ich geschaffen bin nur einmal da bin jeder ist ja nur einmal da so laufen doch von meinem Alter und natürlichen Bau Millionen herum und abgerechnet das bisschen Einmaligkeit ist einer wie der andere beschaffen ich kannte eine Frau die nahm ausdrücklich in Bausch und Bogen Anteilnahme an dem ganzen Genre es wird bei ihnen im Grunde genauso sein das Genre ist alle Zeit da und überall sie kehren nun nach Schottland zurück als ob es da nicht reizend vertreten wäre und als ob sie mich nötig hätten um Anteil zu nehmen dort trägt es karierte Röckchen soviel ich weiß zu bloßen Beinen es muss ja ein Vergnügen sein dort also können sie sich aus dem Genre einen brillanten Kammerdiener erwählen und können gälisch mit ihm plaudern und ihn am Ende gar adoptieren vielleicht dass er nicht so besonders geschickt ist den Lord abzugeben aber das findet sich und wenigstens ist er doch ein Landeskind ich stelle ihn mir so nett vor dass ich überzeugt bin es wird ihnen in seiner Gesellschaft unsere zufällige Begegnung hier vollständig aus dem Sinne kommen lassen sie die Erinnerung daran meine Sache sein bei mir ist sie wohl aufgehoben denn ich verspreche ihnen dass ich dieser Tage in denen ich sie bedienen und sie bei der Zigarrenwahl beraten durfte und des gewiss flüchtigen Anteils den sie an mir nahmen alle Zeit mit der wärmsten Ehrerbietung gedenken werde und essen sie auch mehr Mylord wenn ich bitten darf denn was die Selbstverneinung betrifft darin kann kein Mensch von Herz und Verstand ihnen zustimmen so sprach ich und etwas wohl tat es ihm doch wenn er auch bei meiner Erwähnung dessen im bunten Röckchen das Haupt geschüttelt hatte er lächelte ganz so feinen und traurigen Mundes wie damals als ich ihm zuerst die Selbstverneinung verwiesen hatte dabei nahm er einen sehr schönen Smaragd vom Finger ich hatte ihn oft an seiner Hand bewundert und trage ihn diesen Augenblick während ich die Zeilen hier verfasse nicht dass er ihn mir an den Finger steckte er tat das nicht sondern gab ihn mir eben nur und sagte sehr leise und abgebrochen nehmen sie den Ring ich wünsche es ich danke ihnen leben sie wohl dann wandte er sich und ging nicht genug kann ich die Dezenz dieses Mannes dem Publikum zur Würdigung empfehlen und so viel denn also von Eleanor Twentiman und Nektan Lord Kilmanok